Du bist ohnehin natürlich für deinen Kandidaten und ich sage, zwei Minuten Zeit. Mach dich fertig, schon mal hoch. Die Zeit läuft erst dann, ne? Ja. Komm, ich helfe dir kurz. Und los. So, und jetzt. Top. Die Wette gilt. Einer ist drin. Machst du ein Stück vor, vor, vor. Echt? Echt? So, und was Sie hier sehen? Drei und drei. Und wenn sich die Wand dreht, dann versuchen die beiden mit Hilfe der Schüsse die Wand sozusagen wieder so zu justieren, dass es passt. Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Komm, noch 1,30. Also wichtig ist, dass du hier... Und er darf kurz absetzen, aber die Zeit läuft weiter. Das Gewicht... Oh, ganz kurz absetzen. Die Zeit läuft weiter. Alles noch regelkonform. Alles in Ordnung bei dir? Jawoll! Oh, Mann! Eine Minute noch. Also, wenn die Kerle drüben schießen, hat er verloren? Dann hat er verloren. Scheiße! Ja, ich stehe allein jetzt nicht. Noch 45 Sekunden Zeit, Jungs. Wie sind das denn schießen? Drei oben, drei unten. Und es war in den Proben mehrfach unglaublich knapp. Oh, Mann! Ja, der ist drin, der ist drin, der ist drin. Ach, los! Oh, Mann, ey! Ja! Shit! Noch 19, 17, 16, 15 Sekunden Zeit. Oh, komm schon, komm schon, komm schon! Fuck! Er setzt ab, er setzt ab! Leute! Ah! Oh, oh! Du hast ihn... Ah! Und aus! Ah!